Mit Vollgas in die Ausbildung. Ein Podcast von der ELE und Radio Emscher-Lippe. Herzlich willkommen zu Folge 5 unseres Ausbildungspodcasts, den wir von Radio Emscher-Lippe zusammen mit der ELE machen. Ich bin Vanessa Winkel, hi zusammen. Und in den vergangenen Folgen, da habe ich mich mit ehemaligen Azubis der ELE unterhalten. Die haben uns von ihren Erfahrungen erzählt. Heute gucken wir eher darauf, was vor der Ausbildung passiert. Also, wie komme ich da überhaupt dran? Wie funktioniert das mit der Bewerbung? Was ziehe ich zum Vorstellungsgespräch an? Dafür habe ich mir zwei Experten von der ELE eingeladen. Das sind Julian Bonau und Sönke Lindner. Hallöchen, ihr beiden. Hallo. So, ihr erzählt uns jetzt mal, wer ihr seid. Denn ihr beiden seid tatsächlich die, die die Bewerbungen auf den Tisch kriegen und sich das Ganze angucken. Sönke, fang du doch mal an. Ja, hallo. Ich bin der Sönke. Bin 44 Jahre alt. Habe auch vor langer, langer Zeit meine Ausbildung bei der ELE gemacht. Und bin jetzt mittlerweile im Bereich Ausbildung und Personalentwicklung, hauptsächlich Ausbildung. Und genau, ich kriege dann unter anderem auch die Bewerbungen auf den Tisch. Und du eher von den Leuten, die sich für eine kaufmännische Ausbildung bewerben, ne? Genau. Ich sehe zwar alle, aber die kaufmännischen sind die, die ich dann auch eher bewerte und die ich mir auch etwas intensiver angucke dann, ja. Und für die anderen ist der Julian zuständig. Genau. Hallo. Ich bin der Julian Bonau. Ich bin 29 Jahre alt. Habe meine Ausbildung auch im Unternehmen gemacht bei der ELE. Und bin der technische Ausbilder da. Das heißt, ich sehe halt die technischen Bewerbungen vom Elektroniker und Mechatroniker. Also haben wir zwei Experten hier für jede Seite ein. Das ist sehr gut. Dann erzählt ihr beiden mir doch mal, wie bewerbe ich mich denn richtig? Also was soll alles dabei sein, wenn ich euch eine Bewerbung schicke? Sönke? Ja. Also hat sich ja ein bisschen gewandelt mittlerweile. Haben wir eigentlich erstmal grundsätzlich sehr gern Online-Bewerbungen? Tatsächlich. Ich habe mich noch richtig mit Papier. So eine Mappe musste ich. Ja, ich auch. Ich finde, diese Mappen sehen immer so ein bisschen aus, wie so Trauerkarten, wenn einer gestorben ist. Die haben außen so eine, die sind meistens so schwarz und dann haben die so komische, so ein Marmormuster oder so da drauf. Und dann steht da in Gold oder Silber so Bewerbungen. Ich fand das immer ganz stadtragend, diese Dinger da zu machen. Brauche ich also nicht mehr. Genau. Also es gibt auch schöne Mappen. Ich finde eigentlich auch immer noch, vielleicht bin ich da auch oldschool, die Mappen schön, aber die sind einfach sehr, sehr unpraktisch. Mittlerweile wird halt alles digital erfasst. Also der ganze Bewerbungsprozess läuft digital. Und wenn wir Papier kriegen, muss das Papier irgendwie digitalisiert werden. Und das wollen wir eigentlich gar nicht mehr so gerne. Wir nehmen das an, wenn jemand das nicht anders kann. Aber online ist super. Ja, was muss dabei sein? Also ein Anschreiben sollte dabei sein, ein Lebenslauf sollte dabei sein und natürlich die letzten ein, zwei Zeugnisse, damit wir sehen, was da so in der Schule passiert ist. Und wenn jemand Praktika gemacht hat oder sowas oder ähnliche Dinge hat, wo er uns vielleicht zeigen kann, dass er für uns in Frage kommt, auch gerne mit einreichen. Wie funktioniert das online? Wo finde ich das? Gehe ich auf die ELE-Seite oder wie läuft das, Julian? Ja, genau. Ich gehe auf die ELE-Homepage. Da habe ich einen Reiter oben über ELE. Da gibt es dann den Karriere-Punkt und da gibt es dann halt mehr Informationen über den Ausbildungsberuf, sowie auch unser Bewerberportal, wo ich mich online halt direkt reinklicken kann, meine Daten eingeben muss, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, ganz wichtig, weil wir ziemlich viel über den E-Mail-Wicht halt kommunizieren. Da kann ich dann auch meinen Lebenslauf hochladen, sowie Zeugnisse, Praktikabescheinungen und so weiter. Nicht schlecht. Habe ich den ganzen Zettelkram nicht mehr. Was muss in so einem Lebenslauf stehen? Also ich weiß, als ich mich Anno Tobak beworben habe, das ist jetzt schon so, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre her, da musste da auch noch immer drinstehen, so was meine Mama beruflich macht und wer mein Papa ist und so. Gehört das auch alles noch da rein, Julian? Nein, also legen wir jetzt keinen Wert mehr drauf. Wichtig ist uns, dass wir über den Kandidaten, der sich bewirbt, einen Überblick bekommen. Was hat er gemacht? Welche Schulen hat er besucht? Hat er irgendwelche Hobbys besonderer Art? Ja, also im Ende Geburtsdatum, Schulwerdegang. Klar, wenn man noch was anderes angefangen hat, schon mal eine Ausbildung gemacht hat oder so, auch da rein. Und dann hinterher Hobbys noch dazu, die vielleicht auch was mit dem Beruf zu tun haben. Ich meine, es gibt ja verschiedene Seiten davon. Ja, okay. Ihr macht das beide schon ein bisschen länger. Ihr habt schon die ein oder andere Bewerbung auf dem Tisch gehabt. Sönke, was würdest du sagen, was ist so ein absolutes No-Go bei Bewerbungen? Was geht gar nicht? Also früher waren es die zerknickten Seiten oder der Kaffeefleck. Das haben wir ja jetzt nicht mehr. Das Schlimmste ist wirklich, also wir möchten wirklich auch gerne Anschreiben haben. Das Schlimmste ist wirklich, wenn im Anschreiben und im Lebenslauf wirklich Rechtschreibfehler drin sind. Vielleicht auch nicht nur Einflüchtigkeitsfehler, denen man auch so ein bisschen mit Augen zusagen kann, ist egal. Sondern wenn jemand wirklich einen nach dem anderen da reinbaut. Also das Anschreiben und auch der Lebenslauf ist wirklich so ein bisschen die Eintrittskarte auch. Natürlich neben den Schulnoten. Ist ja auch eine Visitenkarte, ne? Absolut. Das ist das Einzige, was ihr von mir seht, wenn ihr mich nicht kennt vorher, was ja bei den meisten Bewerbern der Fall ist. Und wenn das irgendwie total in die Hose geht oder total verhunzt ist, dann hat man auch, glaube ich, nicht unbedingt den besten Eindruck von mir als Bewerber. Also lieber nochmal einen Freund oder meinetwegen die Deutschlehrerin oder so drüber lesen lassen. Ist vielleicht nicht schlecht. Manchmal sieht man die Fehler, wenn man die selber gemacht hat, auch gar nicht mehr. Also ein Tipp ist auch wirklich, den Klassiker haben wir immer wieder, das sind halt auch teilweise vielleicht Serienbrief oder die nehmen einfach ein Anschreiben und ändern das. Das ist ja auch völlig in Ordnung, dass man das Anschreiben nicht erstmal neu schreibt, sondern nur drei, vier Sätze ändert. Nur wenn dann natürlich im Betreffemscher-Lippe-Energie steht, ich möchte mich bei euch bewerben und dann steht im ersten Satz, ich habe Interesse an der Lehre als Bankkaufmann. Wenn man sich eben zusätzlich auch noch bei einer Bank bewirbt, dann ist es halt nicht so schön. Ungünstig. Also vielleicht nochmal drüber lesen, bevor man das Ganze abschickt. Genau. Sönke, Julian, du noch irgendwelche Tipps? Ja, also wir verlangen kein Foto. Wer natürlich ein Foto mitschicken will, kann es gerne tun, aber ist kein Muss. Und sonst, wie schon gesagt, drüber lesen lassen und ein bisschen gucken, dass ich es ordentlich gliedere, meinen Aufbau halt. Also das Anschreiben sollte nicht in allem runtergeschrieben sein, sondern mal ein paar Absätze gemacht werden, wo man auch erkennt, das ist strukturiert. Ich habe da ein bisschen einen Weg reingebracht, um das auch zu lesen. Jetzt, wenn ihr so ein Ding auf dem Tisch habt, die Bewerbung, meine Zeugnisse sind dabei, mein Einschreiben, mein Lebenslauf, es ist alles okay. Und ihr kriegt wahrscheinlich auch relativ viele Bewerbungen. Wonach siebt ihr denn da aus, Julian? Also bei uns im technischen Bereich, das ist deutlich die Zeugnisnoten in den naturwissenschaftlichen Sachen. Ah ja, Mathe und so. Genau, Mathe, Physik, Chemie. Wenn man von der berufsbildenden Schule kommt, oft auch einen Technikkurs, den man schon mal belegt hat oder sowas. Das ist so das Hauptaugenmerk, worauf wir achten. Nebenbei sind aber auch mittlerweile Fehlstunden drauf, die unentschuldigt sind und das geht natürlich auch gar nicht. Man kann mal krank sein, aber da sollte alles mehr entschuldigt sein. Das ist alles irgendwie händelbar für einen Schüler, dass man sich dann da entschuldigen lässt von den Eltern oder halt, wenn man über 18 ist, selber. Wie ist das bei euch, Sünke, bei den Kaufleuten? Wo achtet ihr so drauf? Also wir gucken drauf, die Noten. In erster Linie bei den Hauptfächern jetzt, Deutsch, Englisch, Mathe. Die sollten schon zumindest im Dreierbereich sein. Ein bisschen gucken halt auch, wie ich gerade sagte, aufs Anschreiben. Also wenn die Noten jetzt ganz okay sind und das Anschreiben ist wirklich völlig im Eimer, fliegt die wahrscheinlich auch aus, die Bewerbung. Schlussendlich gucken wir tatsächlich aber auf den Gesamteindruck. Also es kann doch mal sein, dass man mit einem super Anschreiben auch eine schlechtere Note durchaus mal ausgeglichen kriegt oder sowas. Aber es sind die Dinger, da sollte man schon so ein bisschen gucken. Dass da alles stimmt. Okay. Wenn ich mich jetzt bei euch beworben habe und ihr findet meine Bewerbung auch okay, ihr sagt, das Anschreiben ist vernünftig, mit den Noten können wir leben. Was passiert dann, Julian? Ja, also bei uns im technischen, wie auch im kaufmännischen Bereich ist es so, dass es einen Illigo-Test gibt. Das ist ein Test, den ich von zu Hause machen kann. Da kriege ich den per E-Mail zugeschickt, den Zugang, habe dann meistens so zehn Tage Zeit, das heißt eigentlich zwei Wochenenden, sagen wir in der Regel. Und ja, kriege dann, ich glaube, acht verschiedene Themengebiete vorgesetzt. Das geht dann über räumliche Sehen, mathematisch-technisches Verständnis bis hin zu Denkgeschwindigkeit, Prozessdenken, wo ich ein paar Aufgaben kriege, die ich dann abarbeiten muss. Und dann kriegen wir hinterher eine Auswertung darüber, wie gut man abgeschnitten hat. Läuft bei euch auch so, Sönke? Genau, also wir haben einen ähnlichen Test, da sind auch ein paar Teilgebiete deckungsgleich. Wir haben dann dieses räumliche Sehen oder das technische Verständnis nicht drin. Dafür haben wir dann Sprachverständnis zum Beispiel, Umgang mit Zahlen, so ein bisschen kaufmännischer ausgerichtet. Ist aber dann eigentlich genau dasselbe, dass wir dann auch diesen Test dann per E-Mail verschicken, den man dann zu Hause machen kann, wenn es gerade passt, wenn man Ruhe hat. Und die Ergebnisse kriegen wir dann von diesem Anbieter eben auch digital geliefert und können die dann einsehen. Sagen wir, ich habe den Test gemacht, ich war ganz okay, ihr seid zufrieden mit mir. Was passiert dann, Julian? Ja, dann geht es bei uns ein bisschen getrennte Wege von den kaufmännischen und technischen Seiten her. Wir machen einen Praxistest, nennen wir das. Das heißt, wir laden den Bewerber oder die Bewerber zu Kleingruppen ein, so eigentlich zwölf Leute an der Anzahl und machen mit denen ein Praxistag. Das heißt, da gibt es zwei Stationen bei uns. Einmal überprüfen wir nochmal ein bisschen das Rechnen vertiefter in wirklich technischen Bereichen. Das heißt, ich muss ein bisschen Dreisatzprozentrechnung und sowas kommt da drin vor absolvieren. Ja, und dann haben wir noch eine kleine handwerkliche Übung. Meistens nehmen wir was zu löten oder was zusammenzubauen. Und da gucken wir einfach, wie geht der Bewerber da ran. Er kriegt nur eine Anleitung, muss ich anhand der Anleitung da durcharbeiten. Und ja, wir lernen den Bewerber zum einen erstmal kennen. Wir sehen, wer ist das. Wenn ich kein Foto habe, ist es natürlich noch anders. Und ja, dann gucken wir, wie macht der sich. Und da gibt es dann halt auch ein paar Ausschlusskriterien, wo man dann sagt, ey, kann nicht sein, dass er dafür eine halbe Stunde braucht und nichts zusammengebaut gekriegt hat. Hat sich irgendwo festgelötet. Machen brauchen wir nicht zum Beispiel. Ich zum Beispiel habe jetzt in meinem Leben noch nicht gelötet. Und ist dann da auch jemand dabei, der vielleicht darauf aufpasst, dass ich mich halt nicht selber irgendwo festlöte? Oder der, wenn ich die Anleitung nicht schnalle und dann doch mal fragen muss, der mir dann sagt, du, pack doch mal da vorne an oder so? Naja, es ist schon so, dass wir als Ausbilder dabei sind und auch am Anfang eine Grundeinweisung im Ende ins Löten geben. Auch mal fragen, wer hat schon mal mit dem Lötkolben gearbeitet, wer nicht. Es heißt Lötkolben, ne? Ja, es ist Lötkolben. Ich habe mich nicht getraut, es zu sagen, weil ich dachte, das sei das falsche Wort. Okay. Und ja, also das kriegt man hin. Das ist kein Hexenwerk, mit dem Lötkolben zu arbeiten. Und da hat sich bisher noch keiner irgendwie verletzt bei. Wunderbar, gute Voraussetzung. Bei euch muss man nichts löten, oder Sönke? Ne, wir löten gar nicht. Ich habe auch selber noch nie gelötet, glaube ich. Kannst du ja mal beim Julian in die Lehre gehen. Ne, ich habe zwei linke Hände. Da werde ich nachher noch gekündigt, wenn ich mich da irgendwie verlötet habe. Ne, bei uns wird also weder gelötet noch geschweißt oder irgendwas. Bei uns kommt aber auch natürlich ein nächster Schritt. Wir nennen es Assessment Center. So schlimm, wie sich das dann erstmal anhört, ist es eigentlich nicht. Das findet so ein Gruppengespräch statt. Wir nehmen da so ein meist energiepolitisches Thema, haben dann im Idealfall, wenn alle auch kommen, sechs Leute, die dann eine Rolle zugewiesen bekommen, ein Politiker, ein Umweltschützer, irgendwie sowas. Die kriegen dann Texte, Zeitungsartikel, ein bisschen die Rollendefinition, haben dann eine halbe Stunde, Stunde Zeit, müsste ich jetzt lügen, wenn ich das genau weiß ich gerade nicht, sich in dieses Thema und in ihre Rolle reinzudenken und dann wird eine halbe Stunde diskutiert. Also das kann man sich wirklich vorstellen, wie bei Anne Will oder so da abends, bei so einer richtigen Talkrunde im Fernsehen, also die sollen dann wirklich in ihrer Rolle über dieses Thema diskutieren, die sollen sich auch streiten, das sagen wir denen auch. Geil, habt ihr auch so eine, wie beim Boxkampf, ding, ding, so eine Glocke, die dann angeht. Ne, haben wir nicht. Die streiten sich auch leider gar nicht so, wie wir uns das immer so wünschen würden. Ja okay, traut man sich dann vielleicht auch nicht. Genau. Da muss man ja gut einen Eindruck machen und nicht direkt den Assi raushängen lassen. Aber gut, vielleicht kommt ja zumindest eine Diskussion so zustande, jetzt ohne Kloppen oder so. Also macht schon mehr Spaß, dort zu gucken, wenn die Leute auch ein bisschen offen und dominant sind. Man hat natürlich auch manchmal ein, zwei dabei, die sagen in 30 Minuten gar nichts. Ah okay, das ist natürlich dann auch nicht so gut. Man soll ja schon ein bisschen von sich zeigen und preisgeben. Aber ich finde es ganz gut, dass man in der Situation nicht alleine ist. Wenn dann auch andere dabei sind, dann ist das glaube ich ganz, ja, ein bisschen leichter, als wenn man alleine zu so einem Ding muss, wo man auch keinen kennt und wenn man in der Situation auch noch nicht war, dann ist das glaube ich ganz nett. Und nach dieser Runde, wie geht es dann bei euch weiter? Dann gehe ich wieder nach Hause oder was passiert dann? Wir, die dann bei dem Gespräch dabei sitzen, Personalabteilung und der Betriebsrat nimmt ja teil und sowas, wir besprechen uns danach eben kurz. Und dann bekommt jeder wirklich von uns ein einzelnes, persönliches Feedback auch. Also egal, ob man jetzt weiter ist, ob man raus ist, wie man sich da präsentiert hat. Also wir geben wirklich jedem ein Feedback, weil wir auch irgendwo wollen, dass die Leute was mitnehmen. Und bieten dann im Zweifel den Leuten, wo wir es gerne möchten, auch direkt ein Vorstellungsgespräch an. Es ist natürlich dann teilweise schon sehr spät und die sind auch kaputt. Man hat auch wirklich die Möglichkeit zu sagen, die möchte ich nicht, dann machen wir einen Termin aus. Also das nächste wäre dann das Vorstellungsgespräch, entweder direkt im Anschluss oder eben auch später. Und so läuft es dann bei euch auch, Julian, wenn ich mich nicht festgelötet habe am Tisch? Ja, also wir machen es nicht am gleichen Tag. Bei uns gibt es auf jeden Fall einen neuen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Und dann nimmt dann halt auch der Betriebsrat teil und aus der Personalabteilung, die Frau Burgert. Und ja, dann gibt es ein klassisches Vorstellungsgespräch, ein Bewerber. Und ja, da werden halt Fragen gestellt über den Bewerber. Sein Lebenslauf sollte einmal darlegen können. Ein paar Fragen noch, die es vielleicht gibt anhand des Zeugnisses oder zu Hobbys. Und dann wäre es schön, wenn er uns ein bisschen was erzählen könnte, was er sich unter dem Beruf vorstellt, wie die Ausbildung ablaufen könnte. Und ein bisschen was über das Unternehmen fragen wir auch gerne mal ab. Also vor allem ein bisschen schlau machen. Einmal vielleicht auf die Homepage gucken, damit man auch weiß, wo man sich bewirbt. Genau, so ein paar Mitarbeiterzahlen oder mal wie viele Kunden wir haben und so weiter. Das wäre halt schon ganz von Vorteil, wenn man darüber was erzählen könnte. Und ja, wenn man das soweit eigentlich alles hinkriegt, ist man bei uns dann durch das Vorstellungsgespräch durch. Hört sich ganz nett an. Ich weiß noch, mein Vorstellungsgespräch für meine Ausbildung in der Bibliothek, da saßen, glaube ich, vier oder fünf Leute vor mir. Also ich saß da an einem Tisch und dann vor mir vier oder fünf Leute und ich war so eingeschüchert und habe so gedacht, ach du Scheiße, jetzt sind hier, du bist eh schon so total aufgeregt, komplett nass geschwitzt, hatte so eine Bluse an. Ich weiß noch von meiner Mutter irgendwie, damit ich was Vernünftiges anhabe. Die war komplett nass, das Dingeln. Und habe mich dann auch nicht getraut, meinen Bläser auszuziehen, weil ich dachte, das sieht man dann, boah, richtig unangenehm. Und das hat mich sehr eingeschüchtert. Ist das bei euch auch so, Sönke, dass da irgendwie 5000 Leute mit drin sitzen oder geht's? Normalerweise sind wir zu dritt jetzt bei den Kaufleuten. Also zwei aus der Personalabteilung und einer vom Betriebsrat, was ja auch durchaus für den Bewerber eher schön ist. Der Betriebsrat guckt ja auch eigentlich eher drauf, dass man eben keinen benachteiligt und dass man jetzt keinen da quält oder sowas, sag ich mal, was wir jetzt aber auch nicht vorhaben. Ach schade. Ja und es muss auch eigentlich keiner so nervös sein, wie du damals warst. Ja, hinterher habe ich dann auch gedacht, boah, total unnötig. Aber es ist halt eine neue Situation, wo man denkt sich so, was passiert jetzt mit mir? Es ist auch nicht wichtig, dass einer die Zahlen nachher runterbeten kann. Es ist schön, wenn man die Zahlen sich mal auf der Homepage durchgelesen hat. Wenn man dann aus einer 500 mal einer 5000 macht, nehmen wir aber schon wahr, da hat sich jemand vorher Gedanken gemacht und das ist dann auch Nervosität. Also ich glaube, wichtig ist einfach, dass man das Gefühl rüberbringt, ich habe mich vorher mal mit dem Unternehmen beschäftigt und ich habe mich mit dem Beruf beschäftigt und ich weiß zumindest ganz, ganz grob, was Industriekaufmann vielleicht macht und das Gefühl uns vermitteln. Ich habe tatsächlich Interesse daran, hier anzufangen. Also das kriegt man mit Zahlen hin, das kriegt man aber auch ohne Zahlen hin. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und natürlich, glaube ich, geht ein bisschen Nervosität weg, wenn man sich vorher damit beschäftigt hat. Ja, total. Wie bei einer Klausur. Wenn ich dafür gelernt habe, bin ich nicht so nervös, als wenn ich vielleicht denke, ach, das klappt schon. Das stimmt. Was sagt dir denn, was ist so das passende Outfit für so ein Vorstellungsgespräch? Julian, was siehst du gerne beim Vorstellungsgespräch? Also bei uns im technischen Bereich muss keiner im Anzug oder so kommen. Man sollte ordentlich gekleidet sein, aber man soll sich vor allen Dingen wohlfühlen. Also ich meine, eine Jogginghose jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber ich muss jetzt nicht was anziehen, was ich sonst nie anziehen würde. Dann ist man selber dabei und zuppelt an seiner Kleidung, weil man merkt, sie sitzt nicht wirklich oder wie auch immer und dann verunsichert das einen den Bewerber deutlich. Also ich habe kein Problem damit, wenn einer in einer ordentlichen Jeans, ordentlichen T-Shirt da hinkommt. Nett begrüßen ist natürlich auch schon mal was. Zehne auseinanderkriegen, mal ein bisschen sprechen und dann läuft das eigentlich schon. Sünke, habt ihr besondere Anforderungen, was so Klamotten angeht? Nee, auch nicht. Also ich glaube, dass man sich ordentlich anzieht. Das versteht sich von selbst, dass da jetzt keine Flecken drauf sind oder eben, wie der Julian sagt, mit einer Joggingbuchse kommt. Aber auch bei uns, man sollte sich auch nicht zu schick machen. Schlussendlich sind es erstmal Auszubildende, junge Menschen, teilweise ja vielleicht sogar noch nicht mal volljährig. Also da muss keiner mit Anzug und Krawatte erscheinen. Da reicht auch Jeans und Hemd oder sowas. Julian sagte gerade, die zuppeln an sich herum. Wir hatten tatsächlich letztes Jahr ein Mädel, die kam dann in so einen baufreien Top. Ui. Ja, war nett. Gibt Schlimmeres. Schön so ein Britney Spears Bauchnabelpiercing noch. Mit so einem Ela-Anhänger vielleicht dran. Das wäre schön. Ja. Die zuppelte aber wirklich die ganze Zeit an den Top und wollte, glaube ich, das wieder ein bisschen tiefer ziehen. Und war dann mehr mit ihrem Top beschäftigt, als dann mit der Gruppendiskussion. Und ja, man sollte anziehen, womit man sich wohlfühlt. Man sollte nicht noch in der Situation damit beschäftigt sein, das etwas zu enge Hemd wieder glatt zu ziehen oder sowas. Ich glaube, wenn man sich wohlfühlt und einigermaßen ordentlich ist, dann ist man da genau auf einem richtigen Weg. Das macht echt viel aus. Ich weiß das auch noch wie gestern, als ich mit dieser Bluse von meiner Mutter da saß und so gedacht habe, boah, das bist doch nicht du. Ich habe mich so richtig eingeengt gefühlt und ich habe auch die ganze Zeit an mir rumgezuppelt. Das war total unbequem und ich war damit eigentlich total schlecht beraten. Ich glaube, wenn ich einfach ein ordentliches Shirt irgendwie angehabt hätte oder so irgendwas von mir vor allen Dingen, dann wäre ich auch besser damit gefahren. Aber gut, daraus lernt man dann. Was würdet ihr so sagen, was ist für das Vorstellungsgespräch ein absolutes No-Go? Wo würdet ihr sagen, dann weiß man schon von vornherein, das wird nichts. Julian? Also zu spät kommen und sich nicht zu melden. Ich meine, es kann immer mal eine Bahn ausfallen, wenn ich auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen bin. Aber wir haben eigentlich in jeder E-Mail unsere Telefonnummern drin. Einmal durchrufen, sagen, ich komme zehn Minuten später, weil die Bahn nicht gekommen ist oder so. Alles gut. Sonst genug Zeit halt einplanen. Es ist kein Problem, eine Viertelstunde eher da zu sein. Hat keinem geschadet. Und ja, man muss über sich ein bisschen was erzählen können. Ich brauche jetzt keinen, der eine halbe Stunde sitzt und nichts über sich selber schon mal sagen kann. Das ist schon mal sehr schwierig dann. Man kann das vielleicht auch ein bisschen zu Hause üben. Ich habe das tatsächlich geübt. Ich habe dann im Internet geguckt, was könnten so Fragen sein, die Leute mir stellen könnten, die mich gerne anstellen wollen. Und habe dann die meiner Schwester in die Hand gedrückt und gesagt, hier frag mich mal ein bisschen und habe dann zu Hause mit der geübt. Das hat schon mal so ein bisschen die Angst davor genommen. Sönke, was ist für dich so ein No-Go im Vorstellungsgespräch? Also wirklich, wenn man schlecht vorbereitet ist. Also wenn es eben auch nicht die Nervosität ist, sondern wenn man wirklich merkt, und das merkt man, also das ist schlecht zu verbergen, wenn die Leute sich wirklich nicht vorbereitet haben. Wenn die so da hinkommen und denken, ach, das mache ich schon irgendwie. Und wir haben auch wirklich welche, die wissen dann noch nicht mal so richtig, was die Ehle macht. Also dass man dann Strom oder Gas oder sowas, da hört es schon fast auf oder beziehungsweise ist das schon fast zu viel. Und dann schaltet man innerlich auch schon so ein bisschen ab, egal was danach kommt. Also man sollte sich vernünftig vorbereiten. Und wenn man da nicht alles abrufen kann, ist das gar nicht schlimm. Das merken wir dann schon, dass da jemand sich vorher mit beschäftigt hat. Das nicht zu tun ist wirklich im Vorstellungsgespräch dann dramatisch. Ja, man sollte wissen, wofür man sich bewirbt. Ich hatte einen in meiner Berufsschulklasse, der hat auch im Bibliothekswesen sich beworben. Und das Ganze heißt Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek. Okay, das ist halt so ein Brocken, wo du jetzt erstmal denkst, was zur Hölle ist das? Aber man hätte sich das vorher mal angucken können. Er ist da halt hingegangen zu dem Vorstellungsgespräch und hat gedacht, er macht irgendwas mit Computerspielen oder so. Und wunderte sich dann auch, warum ist das Vorstellungsgespräch denn hier in der Bibliothek? Na gut, haben sie vielleicht einen Raum gemietet oder so, um das zu machen? Und hat dann erst gecheckt, dass er sich in der Bibliothek beworben hat. Aber, ob ihr es glaubt oder nicht, der hat den Job bekommen, der kann halt echt gut labern. Ich glaube, der hat sich da vollkommen rausgelabert. Aber es ist nicht anzuraten, dass man da so drin sitzt und echt überhaupt keinen Plan von gar nichts hat. Okay, am Ende noch. Habt ihr noch irgendwie einen persönlichen Tipp für dieses ganze Prozedere? Ob es jetzt über die Bewerbung ist, über das Vorstellungsgespräch, über den ersten Auftritt, irgendwas Persönliches, wo ihr sagen solltet, das kann ich den Leuten mit an die Hand geben, die das zum ersten Mal machen? Julian? Ja, einfach ruhig auch, wenn ich jetzt sage, es dauert eine Zeit. Also dieser Bewerbungsprozess dauert ein paar Tage. Wir können jetzt nicht, wenn ich im August meine Bewerbung abgeschickt habe, im September schon sagen, ja, du bist es. Wir müssen ja über die ganzen Bewerber am Ende auch ein bisschen drüber gucken. Und wenn ich dann hinterher sage, ich habe aber eine andere Stelle irgendwo, so ehrlich zu sein, uns anzurufen, zu sagen, ich unterschreibe woanders, ihr könnt meinen Platz anderweitig vergeben. Weil das ist immer schade, wenn man dann auf einen von unserer Seite aus hofft und man da nichts hört und dann ein anderer dadurch die Stelle nicht kriegen würde. Das wäre halt so fair zu sein, den anderen Leuten gegenüber uns zu sagen, ja, ich sage da ordentlich ab und gut ist. Sönke? Ich glaube, ich würde ganz allgemein bei jedem Prozessschritt gucken, dass ich meine Hausaufgaben gemacht habe, weil ich glaube, das gibt einem Sicherheit. Ich würde das Anschreiben Korrektur lesen lassen, ich würde mir vielleicht auch Anregungen Internet holen, wie so ein Layout aussehen kann. Ich würde mich vor einem Vorstellungsgespräch vernünftig vorbereiten. Wie ich gerade gesagt habe, ich würde mir bei so einem Gruppengespräch eben die Klamotten anziehen, in denen ich mich wohlfühle. Also diese Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass ich das, was ich dann am Ende dann abliefern muss, auch vernünftig abliefern kann. Und ich glaube, dann kann man da auch eine ganz gute Performance hinlegen, als wenn man dann mit halber Kraft dann irgendwie versucht hat, hinzukriegen. Das geht sowieso schief. Und ich glaube, sich auch nicht so richtig bekloppt davor machen, weil ihr seid ja auch nur Menschen und ganz nette, wie ich jetzt bestätigen kann. Ihr fresst da keinen auf, glaube ich. Ja, vielen Dank Sönke und Julian für die Infos und dass ihr euch die Zeit für den Podcast heute genommen habt. Danke, dass ihr meine Gäste wart. Ja, danke auch. Sehr gerne. In der nächsten Folge spreche ich wieder mit Ausbildern der Ehele. Dann erfahrt ihr mehr darüber, wer euch da eigentlich ausbildet und für wen die Ehele sich wie entscheidet und was dann mit euch da passiert, wenn ihr am Ende da tatsächlich landet. Ich bin Vanessa Winkel und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Mit Vollgas in die Ausbildung. Ein Podcast von der Ehele und Radio M. Scherlippe.